Achso, man darf jetzt hier... Ja witzig, man wird sehr witzig. Aber du kommst auch nicht mehr, ne? Also du hast auch keinen... Ähm... Ja, das ist natürlich ungünstig. Hä, hier... Boris hat mich aufgehoben. Jo, bin wir da. Achso, nice. Du kannst einfach beim Spiel beitreten. Ja, nice. Sehr gut. Da steht der Kanister, Markus, rechts. Denk dran. Lass mich mal gucken. Naja. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Ja. Wo muss der hin? Muss ich hier hoch? Aus Boot, aus Boot. Du musst da... Ne, ne, da brauchst du nicht hoch. Also kannst du, gerne. Aber hier durch die Tür. Du hast ihn liegen gelassen. Ja, hab den. Okay, genau. Da. Lauf, auf, lauf. Und dann aufs Boot, rechts. Ne, hier noch nicht. Da durch. Genau. Dann rechts sein. Rechts. Da. Und da an die... Na, wie siehst du, was bringt. Jetzt hier rechts. Ja. Da macht nur die Sniper weg, Jungs. Wo ist denn der Sniper? Dann lass uns aber das grüne Licht herkommt. Dann will. Ja. Ja. Dann niemals. Hmm. Deinemolier-Massion. Ja. Ich需 den Zeichern. Es geht. Ja. Ja. In der Zeit. Ja. Komm, ich wierd. so was können wir um oben können wir alles was so an bord kommt nicht dass hier so viel ist könnt ihr nicht wieder beitreten auch also ich glaube mein tod ist denn oben steht man ist hier erlebt am nächsten checkpoint wo auch immer das sein mag ich hatte irgendwie gehofft dass das kommt wenn man die drei knister dahin gebracht hat ja schon wieder an ja ich hoffe mal dass das das ist ja da sind wir wieder sowas müssen wir machen bei der news the bridge controls ok an die kasten wir ganz geil naja elektrik hier interagieren open the door ich habe gegen eine zombie hand weggerotzt ich kann meine beine nicht spüren ich komme jetzt auch dazu da ich will sind euch hier oder wo gab es hier sonst gästen hier rechts kurz vorm ausgang kurz vorm ausgang rechts kurz vorm ausgang hier geile scheiße wo kommen wir auf hier 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 gibt es so ein park Das wird schon lange kein Upgrade-Kit mehr sein. Rifle ammo, blablabla, okay. Hier ist auch nichts drin. Okay, gut. Okay. Hm, kann ich was? Nee. Ah, Markus ist schon weitergelaufen? Okay. Wir sind noch hier lang, also rechts lang. Ja, deswegen weiß ich nicht, was da hinten noch ist. Ist da irgendwas, Markus? Ist da irgendwas, Markus, oder? Uff, ich gucke mir grad. Okay. Ein paar Munitionsküsten. Hm. Das heißt bestimmt, dass man da hin muss, kann, darf. Na, ich glaub, da kommt man auch zum Ziel. Ja. Ja, ja. Das seh ich schon vor mir, wisst ihr. Alter, was war das? Was war das? Die Granate. Achso. Mal, das hat schon wieder gedrückt. Ja, stimmt. Jetzt führt hier die Rücke, da hin, wo Markus war. Hallo. Oh, die Lagefeuer. Ganz cool. Geil. Ah, das ist nicht schlecht. Jetzt. Schade geht's. Okay, ich muss hier... Ich brauche noch Geburtstag. Ah! Kann er denn das Dingens hier vom Live-Parten? Hier. Upgrade. Oh, oh. Hallo. Cheers. Ich laufe. Achso. Es war nur eins. Oder... Aber habt ihr alle bekommen? Nein. Nein. Was? Boah, was hat er gesagt? Hm, Jerry. Wir können trotzdem da hin. Ah, gut. Okay, so. Gab's... Das war... ... nur einmal. Nein. Schaut mal, ob das bei euch noch ist. Nein, ist nicht. Im Raum hier, ne. Ja, doch. Also ist... Ja, das ist... Ja. Ja, noch. Ja, noch. Ja, noch. Ja, noch. Wo soll sein? Dein Modul, wo ihr seid, wird. Ja, ja. Hier rum. Oh, shit. Okay, ich laufe mal hoch. Oder rein, oder? Die auch mal. Uh. Nein, der Leider. Ganz, ganz dringend, Marmoni. Äh, gibt's ja nix mehr? Pistole ist doch hier an der Seite. Dann. Dazu da rum. Third, good. So, defend. Nein, ich bin nicht gedrückt. Ist der echt da durchgefallen? Ach, hör auf. Hier muss irgendwo ein Zahnrad liegen, wahrscheinlich. Das ist das, was wir... Ja, wir müssen ja im Campus... Ach, die mehr sind ja noch weg. Ach so, eins habe ich nämlich schon reingemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auch oben irgendwie sein kann. Warte, hier. Hä? Hast du was? So, ich meine, der Markus jetzt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wer ist er, der Dicke? Ach so, unter mich. Electric Grenade. Okay. Haltet ihr die Stelle da unten? Ja, die Stellung da unten? Ja. Okay. Das Ding hat so wenig Schuss. Was? Granät? Ich habe einen runtergeschossen. Na, okay. Ja, ich habe zwei. Was? Ach du Scheiße. Was heißt das? Was war das? Na, das ist ziemlich... Ja, aber das ist auch nichts. Na, das ist aber... Hä? Oh, dann lässt du dich fallen. Hm. Aber hier ist man durch gar noch. Hier muss man ja zurück. Achso, hier führt die Treppe hoch. Hier vorne. Genau. Okay. Hier ist Mon. Okay. Gehst du hier links mal hoch, die Treppe? Oder hier? Was ist hier? Das ist 11 Meter. Also so weit weg ist das hier nicht. Ich muss gucken, was hier so ist. Aber ist nichts. Also es geht nur hier durch, oder wie? Hier ist das Ding. Nee. Ja, ich bin bei dir. Okay, ich lauf zurück. Die kommen jetzt überall. Du musst mich beschützen. Mach die alle weg. Ja, überall. Oh, was ist das? Wieder ein Attentäter, oder was? Nee. Okay. Okay. Was hab ich euch jetzt erstmal mitbekommen? Takedowns geben Leben wieder. Mhm. Ja. Also die hat man ja nicht so häufig. Was heißt Takedowns? Äh... G3, ne? Nee. Neben mit X. Ne, mit X! Also du hast... Scheiße, neben deiner... Leiste... Okay. Hast du... Wo du schlagen kannst... Läuft... Läuft sich dann... Totenkopf auf und dann kannst du mit x und takedown machen und bekommst dann lehende Achso, aber ich bin viel zu recht mit dem Zahnarzt, ne? Bitte? Vielleicht den dicht dran wieder rein oder was? Ja, genau Okay Mal ausprobieren was Okay, wir haben hier ein paar Wir müssen weg Ach komm, ich geh wieder mit schweren Geschütz rein Hast du einen Flammenwerfer gehört? Ja In der Fall Ja, ist alles tot Ich stampf mir alles weg Ah, geile Bridge Control Hä? Achso, das ist auf der anderen Seite, da wo Morgz ist, okay Hey Na komm, kommt rein hier Ja So ist das gewesen sein Esmaier, ne? Ja Ja Dann kommt er hier das Pull the lever, okay, mach ich mal hin Alle bereit? Alle bereit Verteidigen Verteidigen Ich glaube wir verteilen uns am besten, irgendwie Hey, da oben Ja, die werden jetzt das Ding angehalten Ich mach hier unten die Reihe lang Okay, hier kommt nix Komischerweise Ja, brenn mal oben alles weg, Lucas, genau Es ist ein großartiger Oh, ne Oh Hier ist ein Nazi Geil Ja ist ein Nazi Achso Achso Ja, ich hab's vertauscht Komfort Wo ist denn das Ding? Ich kann den Ich kann den Oh, ich bin dann verbunden Zwei von denen Es sind zwei, ja Das Mount, oh oh Nein, achso Also ich geh auf den hinteren Als einer der vorderen Den müssen ich mich Lukas holen, ne? Oh, shit Ah, lauf weg Boah, oh Gott Ja, was halten die denn aus? Also mehr ins Nicht viel Shit, 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 shit Aber ich bin the dude Ah, okay Oh Alter, was, wo kommen die denn immer her? Oh, jetzt stehe ich hier mitten bei den Zombies drin Hilfe, ich bin so, Marcus Das ist mir hingefallen Ich bin gespannt, Alter Kann die? Na, süß, danke Alter Oh, die kommen rüber hier Ja, ich bin auch weg Oh, ich schieße noch weiter Komm schon Oh mein Gott Alter, wie viele das sind Oh mein Gott Alter, wie viele das sind Warum auch immer? Achso Danke Ich bin am Verbluten Ich bin hier oben Ja, okay Die ist auch keiner sonst Ne, leider nicht, ich fäng jetzt hier auch am Steg fest Aber wir kommen rein, oder? Ja, okay Lenz, wo bist du? Lenz, wo bist du? Ah, hier Ganz Ja, ja, alles klar Alles klar, alles klar Aber ne, wird nichts mehr Oh doch, krass, du bist ja da Natürlich Ich danke dir So Wer blutet noch? Ne, Marcus ist tot, oder? Ne, leben wir alle jetzt Außer ich Ah, okay, gut, gut Dann sind wir noch zu dritt Das ist gut Jetzt kommen die Fetten hoch Ja, was sollen sie machen? Mann Kommt mal zurück Ne Die kommt zu mir, heile ihn Ja Ich lenke sie ab Ich warte, ich warte ein bisschen noch Damit die wirklich weggehen Keine Munition, ey Nein, jetzt bin ich im Verbluten Alles gut, alles gut, alles gut Lass uns beide reingehen, ne Till? Ja, ja, mach mal die Tür hier dicht Nein Oh Gott Ich bräuchte Hilfe Ja, ja Wir wissen, wir sind da Wir sind offensichtlich Da würd ich's mehr Das kann ich entweder hier rein Kann ja nicht mehr ein Zombie um die Ecke kommen Ne, die sind alle weg Ich schau mir mal so Ich springte Oh, geil Keine Rolle Ja, du kannst gleich zu mir kommen Ich bin auch am Verbluten Die beiden Fetten sind noch hier oben Alle, die gehen mir richtig auf den Sack Glaube ich Müssen wir das mal nachladen hier So, was machen wir? Halt durch, ne? Ich lege es mir hier in der Staubefalle Ja, oh, das ist gut Wenn ihr zu mir wollt Müsst ihr an den beiden Dicken vorbei, ne? Schön! Einer ist weg Meinst du? Ne? Nein, der Dicke ist gerade weg Dann ist der Kopf weggeflogen, ne? Wollt ihn herkommen, muss ihn herkommen Wollt ihn herkommen Was immer so in der Staubefalle Ja, aber dann... Schön, 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 schön Schön, schön, schön Haben wir es? Hm... Wenn sie es tot Ich bin tot, ja Wir können hier schweres MG aufnehmen Nimmst du mit, oder was? Nö Mit X antippen Ja Ich will es aber nicht Achso Oder kann ich dafür meine Dings liegen lassen? Deine was? Ne, kannst du einfach so mitnehmen Brauchst gar nicht Jetzt ablegen Noch eine Runde? Ach, hör doch auf Nochmal Dicke? Ne, hier oben kommen sie durch die... Oho Da oben durch Das ist oben Ich bin gleich bei euch Ich komme von links auf euch zu Wie darfst du? Achso, wo ist es wieder? Hinter dir, Markus hinter dir? Ne, ich bin Zombie Sie sehen mich ja Achso Genau, jetzt habt ihr mich weggemacht Danke Ich stehe wieder Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Trophäe erhalten, den konnte sie so nicht leiden Geil Ja Ja, geil Danke Oh ja, oh, warte, ich brauche einen Takedown Gib mir einen Takedown Da, da Ich bin in die Hose Scheiße, hier ist ein Dings, ein Selbstmord-Affentäter Da ist noch einer Oh, oh Oh shit Kann ich jetzt nicht hoch? Lebst du? Nochmal, lebst du? Du bist Tony Ich hoffe, ich bin jetzt noch der Einzige, der lebt Oh shit Kommt noch ein Selbstmord-Affentäter Wo? Das sehe ich gerade Ja Ach das Boot, bitte nicht mit Alter Bitte, nehme ich mit Schnell rauf, schnell rauf, schnell rauf, schnell rauf Ich kann nicht, ich kann nicht Weg, 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 weg Ich glaub Ja Oh Alter Knappes höchst Alter 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 Junge, Junge Sehr schön So, komm Hallo Kontrollpunkt Das war alles nachladen hier Also wenn ich jetzt noch weiter alleine kämpfen muss, werde ich nicht Ja Ja Oh Gott, oh Gott Scheiße, ich hätte hier hinten nicht laufen sollen Ja So, irgendwie auch So, Kontrollpunkt Rechts neben dir, Till Kommt man ja links hoch, ja Links auch MG Nochmal, Röbel, seid ihr da? Jawoll Jawoll Oh Gott, sehr Dank Sauber Ja Haftig 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 Aber die zweite Schamke ist weg, oder? Weiß nicht, legt sich die auch auf, oder? Weiß nicht, bei mir steht, ist nicht mal so, ist nicht da Naja Ja, wahrscheinlich Ich schalte gerne erstmal irgendwie Granaten oder so Dann machen wir wieder ein bisschen Equipment Warte, 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 komm Warte, warte, komm Warte, warte, komm Ganz ruhig, ganz ruhig du musst mal Gibt's da noch rat? Ja, ne? stopp erreichen ja ja wohl erstmal nicht mehr wahrscheinlich zu sagen können tür öffnen kommen sie rein ich habe eine margarita ich sehe die safe ruhr gott sei blank jungen 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 man das war hart freigeschaltet overkill sehr schön 54.000 punkte mein lieber schwan sehr schön bis zum nächsten mal tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.